Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 und jetzt geht's los. Heute habe ich wieder ein Thema mitbringen dürfen von unserem anonymen Sammler. Und zwar geht es hier um einen Beretta Nachbau in Chrom. Das Produkt ist italienisch und ich fange mal direkt schon an mit der Bedienungsanleitung. Soweit ich weiß wird das Ding auch noch heutzutage hergestellt ohne PTB-Zulassung in Italien weiterhin. Das ist die deutsche Beschreibung hier. Hier haben wir noch die Explosionszeichnung. So und hier noch die Ersatzteile. Das sind die Deutschen, die filme ich einmal ab, falls jemand mal was sucht. So, das war die Anleitung. Dieses Teil ist natürlich sehr schwer. Also ich würde jetzt mal so sagen 1500 Gramm bestimmt. Zusatzlauf wird so eingeschraubt. Ist auch beschriftet mit 85 und 92. Also es gibt noch eine kleine Beretta als Ausführung von China. Ja, der Nachschutzbecher ist aus Stahl. Komplett. Die Pistole selber aus Zink. Verchromt. Das hier ist alles Zink. Also Stahl sucht man hier äußerlich bis auf die Schrauben vergeblich. Ja, das ist alles hier aus Zink. Die Beschusszeichen sind italienisch. BS. Könnt ihr ja mal googlen oder ich blende das nachher vielleicht noch ein. Wenn ich es rausgefunden habe. Das müsste aber so um 2004 rum ungefähr gewesen sein. PTB Nummer ist die 842. Und hier auch nochmal die Beschriftung komplett. ME Konomecha importiert. Ja, Magazin Druckknopf befindet sich hier. Ist gut zu erreichen. Das Magazin ist glaube ich 15 schüssig. Ich guck gerade mal rein. Ne, 10 schüssig. 10 schüssig nur. Im Kaliber 8mm gibt es die Variante ja auch, aber halt ohne PTB. Also hier in Deutschland nicht zu erwerben. Oder zu erwerben gewesen. Da war die Magazinkapazität 16 schüssig. Ja, aus Stahlblech brüniert. Zubringer aus Zink. Auch hier ist zwar Metall, aber Zink. Gebalztes Zink. Wohin das Auge reicht. Ja, hier haben wir noch die Möglichkeit. Ja, hier ist noch so eine Fangöse. Also für so ein Fangriemen ist hier noch so eine Öse dran. Das kann man machen. Die Sicherung ist eine Walzensicherung. Diese sperrt. Die sperrt. Ich guck mal, ob ich hier was das Tool verwenden könnte. Nö, da habe ich nichts. Ja, muss ich jetzt gleich mal gucken, wie die Sicherung funktioniert, wenn der Schlitten ab ist. Ansonsten. Im Single-Action hat man einen Druckpunkt. Und im Double-Action löst es ein bisschen arg früh aus. Man sieht das auch. Der Hahn geht jetzt so in diese Stellung. Und nicht viel weiter und dann schlägt er schon ab. Und im gespannten Zustand sieht das dann so aus. Also deutlicher Unterschied. Ja, ansonsten. Ja, jetzt versuchen wir mal das Ding zu zerlegen. Das Modell hatte ich jetzt noch nicht als Schreckschusspistole gehabt. Es gab... Ja, genau. Okay. Dann ist das genau wie bei dem anderen Modell. Man muss hier einfach... Ich zeig das mal grad. Hier vorne kommt normalerweise ein Tool rein. Also man könnte eine Nadel nehmen oder irgendwas dickeres, was hier reinpasst. Man lässt es dann drin stecken. Dann kann man die Schlitten nach vorne nehmen mit. Und dann kann man dieses Bauteil hier rausfallen lassen. Dann wieder zurückschnappen lassen. Oder man lässt das Tool halt... ...drin... Ne... 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 Man muss es raus tun nachher. Von der Logik her. Das ist der... Das Teil, was dann rausgenommen wird. Dann Schlitten nach hinten. Nach oben abnehmen und nach vorne kommen lassen. Dann hat man hier den Schlitten in der Hand. Auch hier drin vermutlich. Ja... Nicht wirklich was aus Stahl. Außer... Ja... Das wird hier die... Auszieherkralle sein. Die wird gut angezogen. Die Schräubchen auch. Und... Natürlich der... Schlagbolzen. Der ist übrigens auch nicht fliegend. Liegt der auf, kommt da vorne raus. Also keine... Sicherung. Und... Hier haben wir auch noch so ein Teil. Genau. Also die Sicherung läuft dann so. Das hätte ich eigentlich auch... Ausprobieren können. Ich sehe das gerade. Dieses Bauteil drückt die... Abzugstange runter. Und diese kann dann nicht mehr... Ähm... Eingreifen. Das heißt der Abzug... Ähm... Das drückt hier runter. Und dann geht der Abzug... Nur durch. Und dann kann ich abschlagen. Also keine echte Sicherung. Ja... Ansonsten... Die... Verchromung... Sieht nicht hundertprozentig aus. Man sieht das... So ein bisschen schlierenhaft und alles. Aber... Als Malen eigentlich... Trotzdem... Ähm... Recht... Schick. Wenn man nicht genau hinguckt... Das Griffstück... Also genau das hier ist die... Feder. Und auch... Federführungsschlange. Die ist auch massiv aus Zink. Also auch kein Stahl. Ja... Aber... Feder wohl. Klar. Und auch hier... Ausstoßer. Der lommelt auch hier so ein bisschen rum. Weiß nicht ob das so gut ist aber... Okay... Es ist halt aus... Aus Italien. So... Die Laufsperre sieht man von vorne. Die scheint so zweigeteilt zu sein. Beziehungsweise aus zwei verschiedenen Materialien bestehend. Man kann auch durchgucken. Und die scheint auch hier hinten im hinteren Bereich... Durch so eine Fixierung hier fest zu sein. Ansonsten haben wir keine... Lagerschwächung bis auf diesen... Ja... Auf diese Stellen hier. Ja... Und der Lauf ist hier auch nur relativ... Dünn... Am Griffstück fest. Also wirkt zum Teil auch ein bisschen filigran. Kann aber auch... Wie gesagt... PTB-mäßig gefordert worden zu sein. Bei der Zulassung. So... Ja... Also... Zwing wohin das Auge reicht. Der Zusammenbau... Geht dann in umgekehrte Reihenfolge wieder. Man legt schon mal... Die Führungsstange mit Feder rein. Dann Schlitten drauf. Nach hinten. So... Dann... Muss man... Zwingendermaßen... Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Jetzt muss ich gerade überlegen wie man das jetzt wieder zusammenfummelt. Zusammenfummelt. Also man müsste theoretisch hier die Sachen... Ja ne... Da braucht man jetzt das Tool dringend. Um... Dieses... Um die Führungsstange einfach nach vorne zu ziehen. Und dann wieder dieses Teil einsetzen zu können. Ähm... Das mache ich jetzt gleich, weil ich jetzt gerade nichts zur Hand habe. Mach ich gleich. Und dann ist das Ding auch wieder komplett zusammengebaut. Aber so funktioniert es. Normalerweise ist da so ein Tool dabei. Das ist im Prinzip... Da steht auch dieses... K von Kima. Weiß nicht mehr. Wo ist denn das hier? Dieses K. Dieses Symbol ist da drauf. Das ist so ein Plättchen praktisch mit so einer... Mit so einer Art Dorn dran. Ähm... Das steckt man da wie gesagt rein. Und dann kann man das auch... Ähm... Wieder... Ordentlich... Zusammengrauen. Wenn euch dieses... Video gefallen hat... Zu der... Kima... Modell 92 Auto... Lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.